Hier haben wir eine von schönsten Stränden der Welt mit glasklarem Wasser, sehr grün und wie ihr seht, laute Palmen, Kokosnusspalmen, sonst nichts und weißer Sand. Hier sind auch laute Restaurants am Strand. Man kann da sehr gut Fisch essen, Lobster, also Garnellen, alles mögliche, auch Muscheln, die haben sehr gute Seafood. Dieser Strand ist sehr weitläuftig, über zwei Kilometer. Hier sind sehr viele Hotels. Ihr seht auch, die haben vieles auf Russisch, weil die haben sehr viele russische Gäste und die Hotels, die schauen auch sehr sauber und ordentlich an. Ich habe ein paar von ihnen besichtigt und die waren sehr schön hier. Also hier sind die Hotels sehr schön, ansonsten in die Städte, ihr findet die letzte Dreckbude. hier muss das die Laden und auch stepteleschiffken. Also das ist die Hü analyzemal wieder re pesar, is es Wirdisch und auch immer wieder trainingen. Dann bis zum Jahr zvi severely auf interrupt iv. Ahora ist die Hüzeikon знаком, diese Hüzeikon, die diesem Lö burner sind versucht zu verraten. Also ist parked nach Neuilly Street live복하는ость. Der ist eine Nikki desmaßes Schmerums, der Haupt entrepreneurs usar hau sein, Es ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020